herzlich willkommen zu einer weiteren top 5 liste dieses mal unter dem thema creepy pokémon es geht hier darum um allgemein pokémon viele denken ja pokémon wäre dieses friedliche spiel wo man einfach pokémon fangen kann sie trainieren und kämpfen allerdings ist nicht jetzt von den ausgedachten creepypastas aus auch ein paar echt seltsame dinge im pokémon von den pokémon spiele machen also von nintendo selbst drin denn wie schon in der letzten video spiel mit dem folge gesagt habe deswegen ist dieses punkt noch nicht drin makabaya der ja diese maske unter sich hat von einem gesicht eines menschen der früher war und immer noch die alten gedanken und fantasien hat und deswegen blutweint das ist etwas was tatsächlich ein pokémon existiert denn das ist eins zu eins der ja der pokédex eintrag zu diesem pokémon die leute die vielleicht nicht wissen was ein pokédex eintrag ist denkt man ein pokémon so ist es im pokédex drin oder sieht man es auch nur dort gibt es einträge die ein bisschen über dieses pokémon verraten also nicht nur welcher typ er ist feuer wasser erde luft sonst was sondern auch etwas von seiner geschichte und nun habe ich ein paar pokémon die ein wenig seltsam sind mal rausgesucht und werde sie vorlesen und die gruseligen sachen an ihnen mal zeigen viel spaß platz fünf geht an laternekto laternekto ist glaube ich wie man kennt diese laterne ihr werdet ja auch auf dem bild gerade sehen die laterne es ist so die zweite entwicklung also das zweite stadium eines pokémons der pokédex eintrag zu diesem pokémon ist wenn ein mensch stirbt taucht laternekto sofort auf um seine seele in sich aufzunehmen und zu verbrennen bis du noch eine leblose hülle von dem menschen übrig ist das heißt also dass er wenn ein mensch der schon vielleicht älter ist stirbt nimmt er diese seele auf und bringt es sozusagen zu ende und verbrennt seine seele dass dieser mensch nie wieder kommt heutzutage zieht er durch krankenhäuser und wartet auf seine nächsten seelen das fand ich ein bisschen seltsam weil ich meine er fliegt durch krankenhäuser nur um zu warten dass ein paar menschen sterben damit er wieder ein paar seelen hat das fanden wir nun schon recht creepy und deswegen haben wir laternekto auf platz 5 gesetzt wie wir finden verdient platz 4 geht an alpollo alpollo ist das geister pokémon die entwicklung von nebulak und vor der vor entwicklung von ganga zu ganga kurzes angesagt wie ich auch schon im videospiel gemütlich gesagt habe ganga ist was ihnen so gruselig macht halt das tote pixi oder der geist von pixi das ist so von ihm allerdings finde ich hat alpollo noch mal was drauf gelegt denn hier ist der pokémon ein pokédex eintrag alpollo wartet in der dunkelheit um ahnungslosen menschen die seele ohne gnade auszusaugen und die leblosen körper einfach liegen zu lassen es heißt alpollo würde nachts durch parks schweben und dort sich hinter bäumen verstecken bis passanten vorbeikommen kommt so passanten nun vorbei springt er aus legt ihn mit der zunge einmal über den körper so dass sie zittern und ja in einer trance verfallen und dann frisst ihre seele und lässt diese leblosen körper die vor ein paar sekunden noch gelebt haben einfach zurück und dieses pokémon und dieser eintrag existiert in pokémon selber ein spiel was für kinder gedacht ist also es heißt auch dass einmal eine aufgenommene fährte versucht alpollo sein ziel zu lecken also zu verfolgen und zu lecken womit es halt in einen trance ähnlichen zustand verfällt und leichter seine seele zu fressen also alpollo waren und schon sehr creepy weil einfach lebende menschen einfach so tötet later nektor hat ja die die so oder so sterben einfach nur zu ende gebracht deswegen alpollo weil er noch mal was drauf gelegt hat auch die genger story platz 4 platz drei geht an zwirlicht zwirlicht sieht auch schon seltsam aus allgemein haben diese pokémon halt gemeint ist ja auch besonders seltsam aussehen denn zwirlicht ist dieses pokémon wer ja seht mit diesem ein todes schädel und mit dem einen großen auge was sich dahinter bewegt die geschichte ist nun folgende zwirlicht fliegt durch wände und erschreckt kinder weil er sie gerne weinen hört rufen diese nun nach ihren eltern und die glauben ihm nicht weint das kind weiter motzen die eltern oder schimpfen die eltern danach hin das kind aus weil es zu laut ist nimmt laut der sage er unartige kinder und besonders die von ihren eltern ausgeschimpft werden mit und verschleppt sie an einen dunklen grauenhaften ort vor dem sie nie wieder zurückkehren im pokémon heißt es ist eine sage allerdings heißt es auch im pokémon dass manche kinder erführt wurden und seitdem nie wieder gesichtet wurden nur leute sollen gesehen haben dass zwirlicht sie mitnahmen für dieses dass wir einfach kinder verschleppt weil sie unartig waren und sie dann wahrscheinlich umbringt oder in einem dunklen ort einfach zurücklässt in dem kinderspiel ich muss es einfach noch mal betonen fanden wir seltsam und deswegen platz 3 platz 2 geht an barnett barnett ist eine weggeworfene puppe eigentlich man kennt man hat ja besonders schweigen diamante und perl es heißt in dem pokémon in dem pokédex eintrag war nett ist eine weggeworfene puppe die durch den hass auf das kind welches ihn weg warf zum leben erwachte er nahm also so viel hass in sich selbst auf dass ihn dann zum leben brachte man sieht ja vielleicht auf dem bild diesen reißverschluss mund von ihm würde sich der reißverschluss öffnen und er würde den mund aufmachen würde die gesamte energie aus seinem mund raus kommen und dann würde die puppe also war nett einfach wieder zu einer puppe werden im pokédex eintrag heißt es weiter war nett belegt andere menschen mit flüchen indem es nadeln in seinen körper steckt und die menschen sie dann spüren also ist bei nett eine art voodoo puppe die an sich selbst schaden zufügt um den menschen zu schaden es heißt weiter barnett sucht auf müllplätzen nach dem kind welches ihn weg warf um sich an ihm endgültig zu rächen also ist dieses pokémon barnett eigentlich eine puppe die auf rache auf seinen früheren besitzer einfach aus ist und diesen so könnte man es ja nur schätzen umbringen will und weil das schon sehr verwirrend ist platz zwei gut leute die sich vielleicht schon mit diesem thema also mit irgendwelchen kubi pokédex einträgen oder kubi pokémon allgemein ausgesetzt haben sollten schon wissen was jetzt auch auf platz eins kommt denn wie erwartet und auch zielscheibe vieler viel passers ist ja auch platz eins nämlich hypno hypno ist dieses gelbe wesen mit dem pendel in der hand dieses pendel welches einfach leute ja hypnotisiert dass sie zum schlafen bringen in dem pokédex eintrag von hypno heißt es sollte hypno hungrig sein versetzt ist fremde menschen in schlaf und frisst ihre träume auf das ist schon mal creepy aber nichts was in irgendeiner art und weise hier auf platz eins unserer liste bringen würde allerdings der weitere eintrag bringt ihn hier auf platz eins denn es heißt und das steht fest also es ist nicht wie bei zwirlicht eine sage er nahm ein kind welches er zuvor hypnotisierte mit und verschleppte es und brachte es nie wieder zurück also er sollte ein kind mit seinem pendel hypnotisiert haben und dazu gebracht haben ihn zu sich zu holen dieses ist schon wirklich das nonplusultra was wie ich besonders finde bei pokémon einfach nur geht weil ich meine ein kind einfach mitzunehmen weil er es hypnotisiert und nie wieder zurück zu bringen und das in dem spiel war schon ab teilweise 6 oder so freigegeben ist ist einfach unglaublich und faszinierend und deswegen bei uns auch das 1 gut das war unsere top 5 list dieses mal und wie man vielleicht schon hört man sollte vielleicht wenn man mal ein neues pokémon spiel kauft oder pokémon fängt man auf die einträge achten vielleicht findet man ja irgendwas gruseliges oder auch interessantes tja überall kann was stehen und deswegen guckt mal nach und ich hoffe diese liste hat euch gefallen habt ihr noch weitere ideen für weitere listen schreibt es in die kommentare und wir sehen uns bei den nächsten videospielen mit dem kühlpass das oder 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 bis dahin tschüss und